Grüezi und Willkommen in unserer Spezialitätenmetzgerei im Wellness- und Kurort Bad Zurzach. Seit 1987 führen meine Frau und ich das Fleischfachgeschäft mit laufend 3 bis 4 Vollzeitarbeitsplätzen. Dabei bilden wir auch Lauf und Lehrlinge im Verkauf und im Fleischfachbereich aus. Wir verarbeiten ausschließlich Fleisch aus der Region. Davon produzieren wir wöchentlich hochwertige Fleisch- und Wurstwaren. Speziell alles mit Laktose- und glutenfreien Zusatzstoffen und Gewürzen. Eine unserer Hauptspezialitäten ist der von A bis Z selbst hergestellte, wöchentlich zweimal ausgelieferte schottische Lachs von der Marke Red Label. Es ist ein Zuchtlachs, der direkt von den Orkne-Inseln in Nordschottland kommt. Speziell an unserem mild gesalzenen Rauchlachs ist der frische und starke Rauchgeschmack. Die Chefin, Frau Rita Arnold, ist für unser Catering und die Tretörabteilung zuständig. Sie koordiniert die Terminierung der Anlässe, übernimmt die Beratung und Menuvorschläge vom Apero bis zum Dessert. Auch spezielle Ideen werden von ihr kreativ umgesetzt. Eine große Käseauswahl mit laufend neuen Spezialitäten aus Italien, Frankreich und natürlich der Schweiz, Ziegen- und Schafkäse, Fondue und Raclette ergänzen unser Sortiment. Wild aus unseren Wäldern im Herbst und Grill-Spezialitäten wie der Flacke stärkere mit Fleisch und Fisch sind unsere Verkaufsschlager. Die Präsentation der Ware, die Frische, die Preisleistung, die freundliche und kompetente Beratung und vor allem jeden Kundenwunsch zu erfüllen, ist unser Credo. Wir arbeiten täglich daran. Lassen Sie sich davon überzeugen.